Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 15. Juni. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier und ich habe wieder 10 Technik-Themen völlig vorbereitet. Wir beginnen bei Pirate Bay, gehen zu Uber, gehen zu Marissa Mayer, zu Instagram, zu Arcos, zu Amazon, zum Amazon Echo, zu Google, zu H1 und zu Apple. Wir beginnen, wie gesagt, bei einem EuGH-Urteil bezüglich der Pirate Bay. Und da hat jetzt der EuGH entschlossen, dass bereits der Betrieb von der Pirate Bay an sich Urheberrechtsverletzt. Grund dafür ist eine Anfrage an der EuGH, wo es im Endeffekt darum geht, herauszustellen, ob bereits das Anbieten von solchen Torrents eine Urheberrechtsverletzung an sich sei. Und da gibt es jetzt ein Urteil von heute, also eigentlich von gestern, vom 14. Juni. Da steht drinnen, dass die Bereitstellung und das Betreiben eines Online-Filesharing-Dienstes tatsächlich als eine Handlung der Wiedergabe im Sinne der Richtlinie anzusehen sei. Da dementsprechend also auch hier schon Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Ja, im Endeffekt schwieriges Thema. Pirate Bay sieht sich ja immer wieder einigen Anklagen ausgesetzt, da es klar ist, es ist eine weitere Breitseite in diese Richtung. Auch eine Breitseite erhalten hat der Uber-Boardmember David Bonderman. Das war derjenige, der in seiner Aussage, in einem Pressestatement, eine sexistische Aussage quasi von sich gelassen hat. Unterm Strich ist der gute Mann jetzt zurückgetreten. Ja, Uber kämpft ja generell gegen einige Probleme mit dem Thema Sexismus. Da gab es auch einige Kündigungen diese Woche. Und dementsprechend jetzt hat es auch den Kopf der ganzen Sache quasi erwischt. Und der gute Mann ist freiwillig zurückgetreten. Wir kommen zu Yahoo! Und dort gab es auch einen mehr oder minder Rücktritt, wie freiwillig der war. Bleibt auch fraglich. Im Endeffekt ist Marissa Mayer seit heute quasi mittlerweile jetzt arbeitslos, beziehungsweise nicht mehr Chefin von Yahoo! Grund dafür ist, dass die Übernahme durch Verizon jetzt völlig abgeschlossen ist. Frau Mayer hat dann dementsprechend in einem E-Mail jetzt mitgeteilt, dass sie quasi nicht mehr tätig ist. Bedingt aus einer Veränderung meiner Rolle werde ich das Unternehmen verlassen, schrieb die 42-Jährige in einem E-Mail. Wir kommen zu Instagram und dort soll es bald eine neue, interessante Innovation geben. Instagram möchte einen Transparenzbericht einführen, beziehungsweise ein Transparenz-Tool. Dementsprechend soll in Zukunft dann auch bezahlte Partnerschaft mit angezeigt werden, beispielsweise. So sieht man also quasi, wie Influencer zu ihrem Geld kommen, beziehungsweise ob Influencer auch tatsächlich gekauft wurden. Nähere Details sollen in den nächsten Wochen folgen. Das Ganze soll jedenfalls bald gestartet werden. Wir kommen zu Arcos und die haben wahrscheinlich relativ wenige Leute auf der Liste. Aber der französische Elektronikhersteller baut doch noch immer sehr, sehr, sehr fleißig Handys und durchaus Geräte, die gar nicht so uninteressant sind. So hat der Konzern gestern dann auch vier neue Geräte vorgestellt. Das Arcos Diamond Alpha ist ein relativ kleines mit 5,2 Zoll, aber sehr leistungsstarkes Gerät. Das Arcos Diamond Gamma ist ein 5,5 Zoller, der sehr, sehr, sehr dünn ist mit nur 8 Millimetern. Das Arcos Sense 55S und ein sehr stabiles Arcos Handy, nämlich das Sense 50X, das für den Autoeinsatz gedacht ist. Wir kommen zu Amazon und Amazon hat offensichtlich weiterhin vor, in den Automarkt mehr oder minder vorzudringen. Diesmal geht es vor allem um den Verkauf von Autos. In Italien hat man bereits einen Testballon gestartet. In den USA gibt es Amazon Vehicles. Und jetzt hat man offensichtlich auch in Deutschland mit Christoph Möller einen Auto-Industrie-Experten quasi geholt, der in einem Interview dann auch sagte, dass Amazon in diesen 233 Milliarden Euro Markt einsteigen möchte. Eben wahrscheinlich mit dem Verkauf von Autos. Amazon verkauft ja nicht nur bald vielleicht Autos, sondern auch die sehr beliebten Echo. Da nur ein kleiner Servicehinweis. Für einige Leute gibt es Rabatt-Codes, der lautet Echo Music 25. Damit kann man sich 25 Euro auf den größeren Echo sparen. Der Code funktioniert aber auch bei den Leuten, die den Gutschein nicht direkt bekommen haben. In der Regel, das heißt, wenn ihr einen Echo wollt, einfach mal den Code ausprobieren. Wir kommen zu Google und die haben anscheinend im Personalkarussell einen spannenden Mitarbeiter von Apple angeworden. Es soll ein Lead-SoC-Architekt sein. Was ist das? Im Endeffekt jemand, der in der Chip-Entwicklung von Apple tätig ist. Wahrscheinlich geht es also darum, dass Google eigene Chips entwickeln möchte. Die Presse unter Anführungsstrichen schreibt heute schon den ganzen Tag, dass es wahrscheinlich darum gehen wird, einen neuen Prozess für das Pixel-Smartphone zu entwickeln. Persönlich glaube ich das nicht. Ich glaube, da geht es auch eher um irgendwelche AR- und KI-Learning-Chips. Da baut Google ja bereits schon einige Sachen und auch da kann man durchaus auch Chip-Design-Know-how von Apple durchaus brauchen, bin ich mal der Meinung. Aber bleibt abzuwarten. Vielleicht sehen wir dann ja auch in weiteren Pixel-Smartphones neue Chips von Google, die von dem Apple-Engineer designt worden sind. Eine kleine lokale Meldung aus Österreich sei mir fast zum Ende noch, bitte, erlaubt. A1, der Handy-Provider bei uns, bietet mittlerweile eigene Mesh-WLAN-Router an durchspannende Geräte, technisch wirklich sehr weit vorne eigentlich. Und das Ganze im 3er-Set für nur 300 Euro, wenn man das eigentlich mit der ganzen anderen Konkurrenz vergleicht. Sehr, sehr billiges Angebot. Also jeder, der vielleicht Interesse an einem Mesh-WLAN hat, mal in Österreich bei A1 vorbeischauen. Ganz zum Abschluss kommen wir nochmal zu Apple und die haben jetzt einen neuen Fonds aufgelegt. Dabei geht es um die, ja quasi ein Energiefonds, quasi der erneuerbare Energiefonds. Eine Milliarde Dollar soll diese Anleihe groß sein. Im Endeffekt geht es darum, quasi Projekte, die auf grüne Energie setzen, entsprechend zu fördern. Auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich auch ein bisschen ein Steuertrick. Apple möchte quasi sein Kapital in den USA reduzieren und dementsprechend weniger Steuern bezahlen. Demmit kommt man aber halt zumindest in dem Fall jetzt auch der Umwelt zugute. Insofern sei es Ihnen vergönnt und hoffentlich trägt der Fonds Früchte und bringt neue Technologien zutage. Ja, das war es von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt Feiertag. Wenn nicht, hoffe ich aber zumindest, dass euer Arbeitstag schnell vergeht. Wir hören uns dann morgen am Freitag, das letzte Mal für diese Woche. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.